Wollte ich hiervon noch was haben? Weil out of combat, warum? Ich weiß nicht, was das mir bringen soll. Ich meine, so oft werfe ich die auch nicht. Gut, was haben wir hier? Counter ist auf jeden Fall gut, ähm, Bombon Trap Damage, Fatality plus 20, können wir nochmal daran arbeiten. Moment, was? Oh, ich habe noch einen, okay. Ähm. Is killing by counter attack 10%, das ist nicht wert. 10%? Das ist viel zu geringer Prozentsatz dafür. Nehme ich mir noch ein bisschen mehr Leben. 100 mehr. Junge, Junge, das gibt nochmal ein extra. Ja, ja. Weiß nicht, kann ich noch was hier machen? Vermutlich, ja, weniger. Hm. Na gut. Collector Roach for slaying the Kairan. Ja, warum nicht? Oh, ich könnte meditieren. Ähm. Wie kann ich denn? Bitte. Charakter. Hm. Mal sehen. Vitality 230. During Combat 1. Ist natürlich, hm. Aber, so an sich. Level 3. Damage... Hm. Ja, gut. Mal sehen. Anscheinend kann ich es doch nicht beenden. aber gut da laufen ja nur noch 4 Minuten von daher kann ich jetzt ja einfach meinen Reward einsammeln und dann mal gucken was wir machen so gut das Mistvieh ist jetzt besiegt dafür sollte ich von wem bekomme ich eigentlich den Reward von diesem einen Händler wäre eigentlich merkwürdig von dem Händler den zu bekommen wenn eigentlich müsste der Schreiberling das machen der scheint ja die Verantwortung dafür zu haben hat er ja auch gesagt oder wenn ich mich nicht ganz irre naja was soll's wollen wir mal gucken was die Leute dazu sagen dass ich ihn besiegt hab hab sie sehen von den dumpfbacken die nix sagen natürlich so du bist betrunken nur mal nebenbei hoppla ach die bewegen sich nicht hoppla entweder sind die schwach oder irgendwoher habe ich jetzt eine Menge mehr power komisch job done die Kirin ist dead good work good work you've earned your reward the poor ones are always operative mal sehen jetzt könnten wir mystic river könnten wir da weitermachen ich denke mal nicht dass er uns ja aus der stadt wirft ah hier aber er hat recht mit Mit diesen Scheinen, Laredo kann die Port von einem kranker Lumberjacken, nur mit dem Yorvathen. Er hat so weit geschafft, Roach. Eine Ballistin? Der Bastard hat eine Ballistin. Du kennst die Macht von diesem Weapon. Hm. Seine Arm sind mit Bronze Pläten und mit Horschehäisen. Sie kann schweren Bolzern auf einem Meter entfernen. Ja, eine Experten-Krühe kann zwei Bolzern aufbauen, aber sie kann nicht auf den gleichen Ort, weil sie sich und sich bewegt. Ich habe das schon gehört. Wo hast du gelernt, Balliste? Ich wusste jemanden, der ein bisschen über sie wusste. Unimportant. Wir müssen sie verletzten, wenn wir nicht auf Laredo sein wollen. Sie sind alle hier verletzten. Ich werde den Guarden verletzen. Relax, Roach. Ich will nicht gegen diese Ravel wieder kämpfen. Als das Weapon ist operativer, niemand wird diese Teil der Pontar ohne Laredo's verletzten. Ich werde das tun. Geh mal ein Drink. Find a way to disable the Ballista. Ich wusste es doch. Oh. 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 Okay. Okay. Wow. Der Balken ist mal klein. Glück gehabt. Der Balken wird echt klein. Okay. 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 What do you need, Ugly? Ugly? Ugly. Well, you ain't exactly handsome. But? I wouldn't worry. Women will die. prefer ugly men to groomed dandies. Hence your ugly something mighty. Care for a romp? Can't just now. But I'll find you later in town. What's your name? Margarita. Margarita. I wanted to surprise my friend. The sad looking guy by the Ballista. Some idiot wanted me to read him poems recently. Extravagance as I say it. I didn't like it. I was thinking of something a little more traditional. What would you have me do? Hmm. I don't really care. Just get him away from the Ballista. Oh. Now you've got me doubting he's your mate at all. But I'll not pry. It'll cost you double. That's steep. I may be a simple girl. But I know at least a few men who'd give you trouble if I told them what you've asked of me. Pay me and it'll stay between us. I mean. No point in giving brutes and louts a good reason to perfect their skills, eh? Ah. Ich will ja mal fragen. Oh. Nice. Nice. And that is? Myron and Alphonse. Two of Laredo's Thugs. Give him a good thrashing and I'll even blow. I stirred up enough trouble as it is during the execution. No need to stir trouble. Just humiliate them some ways. Consider it done. Myron and Alphonse. Teach them a lesson yet? Not just yet. Okay. Das ist die Spannung. Myron. Myron. You know this one? I'll let me help with skipping down the path. Bravo, bravo. That one struts about it as if he was a kicker. A long-kamp. Warbag kicked him in the ass. Bravo, bravo. Myron. I don't like Freaks. And I don't like Ofish-Nonex. What do you want, Mutant? Ach, das sind die beiden zum Armwrestling. Okay. Okay. Gut. Sollte machbar sein. Der sieht jetzt nicht ganz so schwer aus wie der andere. Tatsächlich. Merkwürdig aber ist so. Perfekt. Perfekt. Ich liebe Mutants, wie du. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Das Blut in die Mix und es wird nicht besser. Glückwunsch, die Kommandantin hat dir alles gegeben. Myron und Alphonse. Hast du ihnen eine Lehre noch? Natürlich. Alles klar. Ich bin los, um dem Mann eine Diversion zu geben. Wahrscheinlich. Komm her, Lass. So lange, wie er es kann, es zu sagen kann. Ich werde ihn nicht übernehmen, wie ein Dumpf und ein Rumpf, Dumpf. Das stört mich ein bisschen, dass ich das nicht benutzen kann. Wollt ihr für eine kleine Diversion, Grave-One? Ich bin auf dem Weg. Oh, komm mal. Deine Kameraden sind gut auf, um ihre Spaß zu haben. Nichts besser als ein Feerscheid, bitte. Warum solltest du noch schlimmer sein? Ja. All right. Let's go. Let's go. I'd plough into the mix and it doesn't get any better. Glückwunsch, die Kommandantin hat es alles gegeben. Das ist wahr. Komm her, Lass. Dein Uncle's got a story for you. Mhm. Okay. Hau, level up. Das ist gut. Ähm. Haben wir hier. Potion Duration. Das ist halt Alchemy. Geh mal auf die Vitality. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiter da rein... Auf jeden Fall will ich die unbedingt verstärken. Wo ist überhaupt die Feuerhunde? Hm. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Agility. Hm. 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 Na gut. Ballista. Die funktioniert angeblich jetzt nicht mehr, aber... Ich bin mir nicht mehr, was ich mich mit der Witch Scheela. Ich komme nach später. Gerold, ich will nach unten in der Yard. Hm. Hm. alles klar jetzt bin ich mal gespannt was er dem erzählt kann ich ihn durchsuchen auf dem rückweg vielleicht oder auch nicht okay nichts mit durchsuchen hier den feilklapp lockt building and haben sie da den schlüssel versteckt was ist das hier in der ecke was soll das was soll ich jetzt machen wo soll ich denn jetzt den scheiß schlüssel herbekommen was meiner verraten ich denke mal behaupten hier ist irgendwas aber okay man kann dran vorbeiklettern damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet aber okay auf der anderen seite wieder runter ich sehe eine truhe ja in flotsam we cut the hands of thieves i was looking for the privy you're lucky the commandant wants to see you come on come on answer we called the witcher we were just discussing a certain matter you here on business to okay die box hat dann doch zu verlockend ausgesehen was war das lock blut was wichtig ist eingang ach die wahnsinnige okay durchmarschieren dem däumen dann rein gucken ich weiß ja obwohl ich brauche jetzt gar nicht mal gucken ich weiß ja was drin ist ich hab keine waffen dabei deswegen Ja, so sind auch Keining. gerannt ist also vorsichtig sein dass mich keiner sieht da hinten ist allerdings noch ein fenster da würde ich gerne ein gang natürlich vielleicht gibt mir das informationen für irgendwie ja auf jeden fall gut wenn wir da unten einkommen wird halt nur gerne wissen wo die wo die eine wache war die mich da gesehen hat auch da okay gut da geht er lang okay das mehrere wachen jungen jungen ich kann ja gucken ob das einfach nur da ist wo ich war das der moment wo ich zum fenster hochgucke ja recht sinnvoll ja okay das war mal knapp eigentlich nicht der plan aber wir haben eine menge sachen hier auch klettern brauche ich nicht okay die kiste da komme ich aber nicht wirklich heran hier haben wir noch ein gras nochmal drüber klettern wollen einmal was auch immer einmal sein und leather reinforcement nicht schlecht oh da ist noch eine wache auf geht's auf 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 die tür scheint nicht auf zu gehen ach das ist der fight club kann man hier noch irgendwas finden behaupten abgesehen von den fackeln die ich an und ausmachen kann gibt's da eher weniger was ach hier hinten war ich ja gerade okay einmal einmal eingang dazu okay ich will nicht unbedingt da hoch weil da werde ich an je nachdem erwischt auf jeden fall würde ich mal versuchen wollen da runter zu gehen okay okay so 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 Vielen Dank.